Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Autoladen Dresden. Heute darf ich euch diesen BMW X440M vorstellen. In dem Video soll es vordergründig um den Zustand des Fahrzeuges, es geht gar nicht unbedingt um die Ausstattung. Wer dennoch wissen will, was hier alles drin ist, unter dem Video befindet sich ein Link, da kommt er auf unsere Händler-Homepage. Da sind alle Ausstattungskriterien noch mit hinterlegt, was der Kollege eben kann. Solange der Link aktiv ist, steht das Fahrzeug auch noch zum Verkauf, wenn nicht, dann eben nicht. So, heißt, wir gehen jetzt einfach mal rein. Ich habe das Fahrzeug vorher schon angeguckt, bin richtig... Und ich muss ehrlich sagen, für die 135.000 Kilometer, was der hier runter hat, und letztendlich ist er auch aus 2016, also ist acht Jahre alt, steht er richtig gut da. Also wirklich ein wunderschönes Auto mit nahezu, würde ich sagen, beschädigungsfreien Felgen. Das gucken wir uns jetzt einfach pro Felge an. Also die vorne links sieht gut aus. Wir haben auch einen vernünftigen Hancock-Reifen mit verbaut, was auf den Vorbesitzer schließen lässt, dass der sein Auto gemocht hat. Wir haben hier viele Ausstattungsmerkmale drin, um einfach mal ein paar zu nennen. Heißt, wir haben Keyless-Go, Keyless-Andre, ihr kommt also schlüssellos ins Auto rein. Das Haarmann-Coton-Soundsystem, großes Navigationssystem, Klimaautomatik, Sitzheizung und, wie gesagt, einen sehr gepflegten Zustand. Ich gucke mir bei Sportsitzen ganz gern auch mal die Sitzwange an, dass hier nichts irgendwie abgekrabbelt, abgegriffen oder abgewanscht ist. Hier riecht es weder nach Hund, Katze, Rauch oder irgendwas. Mache ich gerne auch die Geruchsprobe. Und warum machen wir das Video überhaupt so umfangreich? Es hat einfach den Hintergrund, wir haben viele Kunden, die gar nicht erst herkommen. Das heißt, die kriegen es bis vor die Tür geliefert. Können ihr altes Auto in Zahlung geben. Wir können optional hier eine gebrauchbare Garantie anbieten und natürlich euer altes Auto in Zahlung nehmen. Sprich, ihr habt keinen Aufwand, sitzt auf der Couch oder das Auto und kriegt es vor die Tür geliefert. Und ich denke, einfacher kann ein Auto kaufen in der heutigen Zeit nicht gehen. Hier hinten ist auch nichts. Wir haben hier einen doppelten Ladeboden. Hier kann man noch ein bisschen was verstauen. Das Verzurssystem, man kann die Rücksitze umklappen, hat eine größere Lademöglichkeit. Rückfahrkamera ist mit dabei. Und Gebrauchsspuren halten sich hier wirklich komplett in Grenzen. Also die Felge hinten hatte nichts, die hat auch nichts. Ich gucke auch gerne mal aufs Dach. Keine Bollen, keine Bellen, keine Kratzer. Im vorderen Bereich genauso nicht. Also die Felgen sehen wirklich perfekt aus. Und steinschlagmäßig, muss ich sagen, hält sich das auch alles hier in Grenzen. Weil ich sage mal, bei 360 PS, da fährst du wahrscheinlich nicht nur 120 auf der Autobahn, steht der einfach gut da. Wenn man dem eine Schulnote geben würde, würde ich dem vielleicht eine 2 Plus geben. Weil Neuwagen ist es einfach keiner. Irgendwo findet er bestimmt auch einen kleinen Steinschlag. Und tut mir bitte einen Gefallen, wenn er herkommt. Erwartet auch kein neues Auto. Es ist nie neu. Hat dementsprechend auch einen ganz anderen Preis, als er mal neu gekostet hat. Ja, und ich denke, den Rest habe ich vorhin schon erwähnt. Wenn euch das Fahrzeug interessiert, wir sind unter der Woche 9 bis 18 Uhr da. Samstag 10 bis 14 Uhr. Wenn ihr vorbeikommen wollt, macht ihr bitte einen Termin, um einfach zu gewährleisten, dass dann jemand für euch Zeit hat. Und gegebenenfalls die Röden reserviert sind. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Video. Macht's gut. Bye, bye.